Ja hallo und herzlich willkommen liebe Community da draußen an den Bildschirmen. Hier ist euer Chris und ich begrüße euch zu Stationiers Tutorials. Eine weitere Folge, heute geht es um das Thema Trader. Rocketworks hat sehr viel gepatcht in den letzten Monaten und dementsprechend haben sich auch viele Sachen sehr verändert. Unter anderem die Trader, die Art und Weise wie das Ganze funktioniert hat sich verändert und auch der Aufbau hat sich verändert. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie wir das Ganze aufbauen müssen, damit wir die Trader rufen können. Die Frage ist, warum brauchen wir Trader? Nun ganz einfach, es gibt Dinge im Spiel, die ihr eben nicht von Anfang an besitzt. Ich kann euch das mal zeigen. Ich bin ja hier auf Mars in meiner kreativen Welt und wir haben hier den Länder, mit dem wir natürlich dann auf diesem Planeten abstürzen oder abgesetzt werden. Und wir haben hier unsere Kiste und in dieser Kiste haben wir verschiedenes Saatgut für Essen. Was wir aber zum Beispiel nicht haben, sind Daga-Fahne. Also wir haben normale Fahne, aber kein Daga-Fahne zum Beispiel. Den nutze ich ja auch immer sehr gerne. Und Daga-Fahne sind halt Pflanzen, die extrem gut Sauerstoff produzieren können. Also die nehmen CO2 auf und produzieren Sauerstoff. Und diese Pflanzen kann man gut nehmen, um sein Sauerstoffvorrat aufzufüllen. Aber diese Pflanzen gibt es nicht von Anfang an. Also müsst ihr einen Trader rufen. Und diese ganze Mechanik mit dem Rufen des Traders hat sich verändert und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie ihr diesen Trader rufen könnt. Zuerst einmal ist das Landing-Pad hier vorzustellen. Das Landing-Pad besteht in diesem Falle jetzt aus Modulen. Das seht ihr hier, das sind verschiedene Module. Wir haben ein Center-Modul. Ja, Landing-Pad Center steht ja da. Wir haben Landing-Pad Straight und Landing-Pad Cross. Ja, also Kreuzung. Das heißt, die Minimalgröße für ein Landing-Pad ist 9, also 3x3. In dem Fall das Center-Pad. Dann jeweils in der Mitte dann Straight-Pads. Und auf den Ecken dann die Cross-Pads. Ja, so. Damit hätten wir schon mal das Landing-Pad Modular aufgebaut. Es gibt natürlich noch weitaus mehr. Also es gibt hier zum Beispiel auch noch den, ähm, na sagt mal, das Diagonale. Ja, das würde dann so aussehen. Ich zeige es euch mal. Das wäre dann Diagonal. Also wenn ihr damit irgendwas machen wollt, könnt ihr das auch machen. Das geht alles. So. Dann habt ihr schon mal euer Landing-Pad. Und die Minimalgröße ist, wie gesagt, 3x3. Es gibt Trader, die brauchen größere Landing-Pads. Es gibt Trader, die brauchen ein Haus drumherum, sozusagen ein Gebäude mit einer Atmosphäre und so weiter und so fort. Das kommt alles später, beziehungsweise ist schon implementiert. Weiß ich nicht. Ich selbst habe es noch nicht benutzt. Aber es ist definitiv so, dass einige Trader halt bestimmte Voraussetzungen haben. Und da kommen wir jetzt auch schon zum Thema Voraussetzungen. Und wir kommen zu einem ganz wichtigen Thema. Aber einige Trader benötigen eine bestimmte Sendeleistung der Satellitenschüssel, um sie zu erreichen. Und diese Sendeleistung variiert natürlich entsprechend dem, was ihr in der Satellitenschüssel einstellt. Und sie variiert natürlich auch mit der Größe der Satellitenschüssel. Früher gab es nur eine. Heute gibt es drei. Es gibt einmal die Kleine, die Small. Und die hat eine Ausgangsleistung von 200 Watt. Dann gibt es natürlich noch die Medium. Das wäre dann die hier. Ich zeige es euch mal. Das ist die Medium Dish. Ja, die ist eigentlich die, die wir schon von früher kennen. Ja, die Medium Dish. Die Medium Dish hat eine Ausgangsleistung von, lasst mich lügen, ich glaube 7,5 kW oder so hat die, glaube ich. Jetzt muss ich hier mich mal hochscrollen. Ganz schnell. Ich glaube, die hat 7,5 kW. Leistung. Ja, hat sie. Tatsächlich 7500 Watt, genau. Und es gibt natürlich, last but not least, auch noch die große Dish. Und die ist natürlich wirklich riesig. Da braucht sie auch viel Material. Und diese Dish kann 50.000 Watt, kann die ab, kann die, braucht die an Energie und kann damit dann natürlich auch entsprechend Trader anfunken, die vielleicht möglicherweise das benötigen. Meine Lampe habe ich natürlich wieder hingeschmissen hier. Ihr kennt mich ja, ich bin der Lampenhinwerfer. Das mache ich schon mal gerne, aber sei es drum. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich hier an diesem Landingpad, das so ein bisschen wie Lego ist, brauchen wir natürlich hier dieses Data & Power Modul. Auch das bekommt ihr ganz normal, wenn ihr dieses Landingpad Item Kit auswählt, bekommt ihr hier natürlich dann das Data & Power Modul. Ja, das ist genau das, was hier ist. Das muss da dran gesteckt werden. Das seht ihr auch, da sind solche Konnektoren. Das ist ganz simpel. So, was wir weiterhin brauchen, ist immer noch das, die Vending Machine. Die Vending Machine ist eben für die Dinge zuständig, die man in die Hand nehmen kann. Also zum Beispiel Erze, Rahmen, Batterien, was auch immer, Tomaten, was auch immer man so in die Hand nehmen kann, das kommt in die Vending Machine. Die Vending Machine muss natürlich mit Data & Power verbunden werden mit dem ganzen System und funktioniert dann genauso wie früher. Für die flüssigen und gasförmigen Dinge gibt es jetzt neue Geräte. Es gibt einmal hier den Landingpad Gas Output und Gas Input und den Liquid Output und Liquid Input. Das heißt, ihr könnt ganz normal quasi hier Gase ankaufen und Gase verkaufen. Wenn ihr Gase verkaufen wollt, müsst ihr sie ins Landingpad reinpumpen. Das könnt ihr hier mit dieser eingebauten Gaspumpe machen. Und wenn wir uns mal das Ganze angucken, zum Beispiel nehmen wir mal Gas, Landingpad Gas Input zum Beispiel. Ihr wollt also Gas verkaufen an den Trader. Dann sehen wir hier, das Ding verhält sich wie eine Volumenpumpe. Ihr seht also das Setting, ihr seht On-Off, ihr seht die Ratio und so weiter. Das heißt, ihr könnt dieses Landingpad sozusagen oder dieses Gas Input ganz einfach ansprechen wie eine Volumenpumpe. Und dementsprechend könnt ihr Gas aus eurem Tank oder wo auch immer euer Gas herkommt in das Landingpad reinfieden. Das Landingpad hat eine bestimmte Kapazität, wie viel Gas es aufnehmen kann. Um das zu erweitern, gibt es dann hier diese wunderschönen Landingpad Gas Storages. Bei den Landingpad Gas Storages ist aber auch noch eins zu sagen, das Ganze ist nicht isoliert. Das heißt, die Temperatur in diesem Gastank, in diesem Landingpad sozusagen, ihr seht das ja hier, die Temperatur ändert sich. Das bedeutet, wenn ihr Gase beim Händler kauft, dann haben die eine bestimmte Temperatur und ihr müsst oder solltet die dann zeitnah rauspumpen aus dem Landingpad, damit diese ihre Temperatur behalten. Ja, sonst müsst ihr die Temperatur hinterher wieder anpassen und das wäre natürlich blöd. Das heißt, damit mit diesem Gas Storage könnt ihr eure Kapazität des Landingpads in Sachen Gas erweitern. Ich mache es mal wieder hell hier, damit das ein bisschen besser zu sehen ist für euch. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich einen Computer und im Computer ist hier unten die Coms, das Coms Masterboard drin, also Communication. Und dann sehen wir hier schon Sachen. Wir sehen hier schon ein paar Trader. So, und jetzt machen wir das natürlich, würden wir das folgendermaßen machen. Wir würden hier an die Knöpfe drehen, horizontal, vertikal, bis wir dann irgendwann ein Signal hätten. Das ist aber, ja, wir sind lazy, wir machen das anders. Ich habe hier einfach zwei Logic Writer angebaut, die gucken auf diese Dials. Da haben wir einmal das Vertical Dial und das Horizontale Dial. Die gucken hier einfach drauf. Und die schießen wir raus an die Satellite Dish und der Wert ist dann in dem Fall bei dem Horizontalen, es ist horizontal und bei dem Vertikalen ist es dann eben vertikal. Ja, das heißt, dieses vertikale Dial schickt seine Werte raus an die Dish auf vertikal und das Horizontale schickt die Werte raus auf horizontal. Ja, ganz einfach. Und wir haben hier auch eine Begrenzung und zwar dieses vertikale Dial geht bis 90 Grad und das Horizontale geht bis 360. Das ist ja klar. 90 Grad sind einmal vom Horizont bis hoch zum Zenit. Das sind 90 Grad. Vertikal und horizontal heißt das Ding kann sich einmal im Kreis drehen. Na? So, wie finden wir jetzt Trader? Wir sehen hier gerade schon, hier passiert schon was. Das heißt, irgendein Trader ist hier gerade in unserer Reichweite. Green Futures zum Beispiel. Das sieht nach einem Pflanzentrader aus. Und ihr seht, ihr habt 20 Minuten Zeit, diesen Trader zu erwischen. Und ihr seht, dass dieser Balken hier ganz langsam hochfährt. Und das bedeutet, wir sind ungefähr in der Nähe des Signals, aber wir sind noch nicht nah dran. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir nehmen jetzt mal 10er Schritte mit gedrückter C-Taste wie Christi an. Und wir gehen mal 10 Grad zurück. So, jetzt ist wichtig, ihr müsst warten bis die Dish ihre Bewegung gemacht hat. Weil sonst gibt es kein Update. Wir sehen aber hier oben bei Green Future, die Werte steigen weiterhin langsam. Also, drehen wir mal in die andere Richtung. Und gucken wir mal, ob der Wert sich verbessert. Na, der Wert scheint sich nicht zu verbessern. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen weiter. Kann natürlich auch sein, dass er den jetzt komplett verliert. Ah, der Wert wird schneller. Das ist gut. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fummelt jetzt hier noch rum, bis ihr das Signal habt. Oder ihr wartet einfach, bis alle vier Balken voll sind. Und dann sagt euch nämlich die Dish, wie weit sie daneben liegt. Das ist immer eine gute Idee. So kann man es machen. So findet man ihn definitiv. Aber ihr dürft nicht vergessen, in 18 Minuten und 50 Sekunden ist das Signal verschwunden. Das heißt, in der Zeit müsst ihr den gepinnt haben, also getroffen haben mit dem Leitstrahl der Dish zum Beispiel. Oder sage ich es mal so. Weil sonst ist er weg. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt hier warten. Und das mache ich jetzt auch mal mit euch. Wir warten jetzt, bis alle vier Balken voll sind. Man könnte jetzt, wie gesagt, natürlich noch weiter korrigieren. Aber mit jeder Korrektur werden die Balken wieder leer gemacht. Und das Ding fängt von vorne an. Das heißt, ihr verspielt einen Haufen Zeit. Und findet nachher das Signal eventuell doch nicht. Wenn ihr jetzt aber einfach wartet, bis das Signal voll ist, natürlich in einer anhebenen Geschwindigkeit, weil sonst sind die 18 Minuten ja weg. Wenn ihr einfach wartet, dann füllen sich die Balken und dann sagt euch das System, wie weit daneben wir sind. Er sagt uns eine Gradzahl. Und die könnt ihr dann ganz einfach, indem ihr quasi an den Knöpfchen dreht, könnt ihr versuchen, diese Gradzahl zu verbessern. Mit C könnt ihr mit gedrückter C-Taste in 10er Schritten und ohne C in 1er Schritten. So, gucken wir mal, was passiert. Wir sind 95 Grad daneben. Das heißt, wir schieben jetzt mal hier nochmal 10 Grad rein. Und wir sehen, ja, das wird auf jeden Fall schneller. Schieben nochmal 10 Grad rein. Ja, es wird nochmal schneller. Auch schön. Nochmal 10 Grad rein schieben. Oh, es wird super schnell. Nochmal 10 Grad. Ah, das wird, glaube ich, langsamer. Also die 10 Grad wieder zurück. Ah, nee, doch, das war schon besser. Wir machen mal 20 Grad nach links. Oh ja, das ist schnell. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir daneben sind. Den Green Future hatte ich auch noch nicht. Das heißt, ich kann nicht noch gar nicht sagen, was der anbietet, aber ich gehe davon aus pflanzen. 55 Grad sind wir daneben. Okay, nochmal 10 Grad mit gedrückter Cetas. Oh ja, jetzt wird es richtig schnell. Sehr schön. Wenn wir jetzt 45 haben, sind wir in der richtigen Richtung. Wir gucken mal. 48. Okay, wir sind also nicht ganz richtig. Das heißt, wir werden jetzt mal vertikal mal 2 Grad nach oben gehen oder 1 Grad nach oben gehen. Immer die Zahl da drauf merken. Was hatten wir? Ich habe es schon mal vergessen. 46. 47. Okay, das war die falsche Richtung. Also gehen wir nochmal 2 Grad zurück. Und so ist es viel intuitiver. Ja, man weiß, wo man ist und wo man hin muss. 48 Grad. Wir gehen nochmal 1 nach links. Immer mal gucken, ob wir noch in diesem Fenster sind. 48 Grad hatten wir. 47. Das heißt, es wird weniger. Das heißt, wir machen mal hier 10 Grad. Also mit die drückter C-Taste wieder. Sind immer 10er-Schritte. Kennen wir ja alles. 48. Das heißt, wir sind, ja, wir sind gut. Aber wir sind auf der vertikalen Achse auf jeden Fall noch in der Nähe. Aber auf der horizontalen sind wir voll daneben. Das heißt, wir gehen mal 1 Grad nach links. Na hier, 181 Grad. Und jetzt gucken wir mal. 44. Das sieht gut aus. Das heißt, wir drücken jetzt mal die C-Taste mit 10. Das war 10 Grad. Horizontal weiter nach links drehen. 37. Sehr schön. Wir machen nochmal 10 Grad. Oh ja, jetzt wird es richtig schnell. Sehr schön. 32. Nochmal 10 Grad. Oh, jetzt wird es richtig schnell. 23. Nochmal 10 Grad. 21. Nochmal 10 Grad. Es bleibt bei 21. Okay, das heißt, wir müssen jetzt vertikal nochmal arbeiten. Oh, das wird langsamer. Okay, das heißt, wir gehen mal 10 Grad nach rechts. 9 Grad. Alles klar. 1 nach rechts. 8 Grad. 2 nach rechts. 5 Grad. 2 nach rechts. 3 Grad. 3 nach rechts. 2 Grad. Okay. Okay. 2 Grad. Wir sind also noch daneben. Also jetzt wieder linke Maustaste. Ah, 3 Grad. 1 Grad. 1 Grad. 0. Bäm. Wir haben ihn genagelt. Da ist er. Wir haben ihn genagelt. Sehr schön. Jetzt klicken wir ihn an. Und jetzt sagt er, er möchte 28,60 irgendwas Watt für 26 Sekunden haben. Und 200 Watt brauchen wir, um ihn zu kontaktieren. Okay. Wir unterhalten uns mit ihm. Das dauert ungefähr 4 Sekunden. Und dann rufen wir ihn einfach mal. Er müsste jetzt irgendwo von da kommen. Genau, da kommt er auch schon. Ihr könnt natürlich auch Wegpunkte festlegen. Da fliegt der Trader dann zuerst hin. Wenn ihr nämlich zum Beispiel eine Basis baut, wo der Trader erst irgendwo hinfliegen muss, um zum Landingpad zu kommen, könnt ihr ihm Wegpunkte machen. Das könnt ihr auch einfach aus dem Landingpad hier quasi aus diesem Bausatz. Könnt ihr auch Wegpunkte erstellen. So, jetzt haben wir den. Jetzt schnappen wir uns mal, da ich ja ein Roboter bin, habe ich ja keine Uniform an. Nehme ich mir jetzt mal meine EC-Karte in der Hand. Und mit meiner Kohle drauf und quatsch den mal an. So, und da sehen wir schon, das war tatsächlich der, der die Pflanzen oder die Saatgut besitzt. Ja, also der hat jetzt Farne, Pilze, Mais, Potatoes, also Kartoffeln, Pumpkin. Habe ich letztes Mal schon überlegt, was ist Pumpkin? Ich bin nicht auf den deutschen Namen gekommen. Natürlich Kürbis, klar. Reis, Sojabohnen, Switchgrass. Oh yeah. Switchgrass ist geil. Da könnt ihr nämlich ganz viel Biomasse draus erzeugen. Das ist auch neu. Tomaten und Weed. Also Weizen. Das heißt, der hat jetzt zum Beispiel keine Daga-Fahne. Und er möchte gerne von uns kaufen Carbon Dioxide, also CO2. Er möchte von uns kaufen Wasser, Kartoffeln, Weizen, Reis, Korn, Sojabohnen. Also Korn ist Mais. Der möchte einen Plant Genetic Analyzer haben. Auch schön. Könnten wir theoretisch bauen und ihm verkaufen. Und er möchte Trinkwasser haben. Sechs Stück. Ja, steht immer, was er haben will. Und wenn ihr ihm das verkauft habt, dann ist diese Order auch erstmal vorbei. Also wir sehen, wir haben jetzt zwar einen Grünling sozusagen, einen grünen Finger bekommen. Aber er hat keine Daga-Fahne. Das heißt, ihr müsstet dann den nächsten suchen. Das heißt, wir drücken hier die Part. Dann zischt der wieder ab. Und damit haben wir das gesehen, wie das funktioniert. Also auch ganz einfach und ziemlich simpel, wie ich finde. Und wenn ihr halt Gase und CO2 traden wollt, macht er das halt über diese Module. So könnt ihr das ins Lending Pit rein und raus pumpen. Und das gleiche gilt natürlich für Wasser. Ja, auch hier sind dann entsprechende Pumpen dran. Für rein und raus. Ja, das ist das Thema Trader. Also wir sehen, dass das gar nicht so kompliziert war. Und übrigens jeder Kontakt, den wir hier gefunden haben, ist für jede Satellitenschüssel dann auf diesem Planeten verfügbar. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo noch eine mittlere oder eine große stehen habt, könnt ihr auch mit dieser dann dieselben Trader anfunken. Man könnte sich jetzt diese Position zum Beispiel speichern. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt oder ob die irgendwann weg sind. Aber ich glaube, nach 12 Minuten ist das Signal dann sowieso weg. Und ihr müsstet dann diesen Green Futures nochmal anpeilen. Der ist dann irgendwo anders möglicherweise. Ja, also das war es zum Thema Trader. Wenn ihr noch Fragen habt, packt es in die Kommentare. Wichtig ist, kommentiert, abonniert und klickt auch die Glocke an. Dann werdet ihr auch informiert, wenn es was Neues gibt. Und natürlich unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Discord-Kanal. Da könnt ihr auch gerne dazukommen. Da bin ich auch oft vertreten. Da könnt ihr mich ansprechen, wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Ängste habt. Und ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen, für ihren Support. Und ich hoffe, das geht hier noch lange so weiter, wie es gerade geht. Denn das macht mir sehr viel Spaß. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Euer Chris.